Yo, ihr Knast-Bubis und ihr Knast-Schwestern, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absurds Zockt A Way Out mit dem Uwe und den Robb vom AZLP Team. In der letzten Folge wurden wir hier eingebuchtet, hatten die erste Schlägerei im Knast, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Und ja, weiter geht's hier, wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Ich muss die Hör. Ihr Gehör. Ihr Gehörverbesserung, ne? Jawohl. Don't fuck with me when I'm hungry. Sure, sure, damn, man, go ahead, shit. Ja, siehst du, so wird's gemacht hier. Ja, Uwe verschafft sich erstmal Respekt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab's geäußert. Ich hab's geäußert. Ich mag keiner, ich bin der Neue, Uwe. Ist das? Ja. Ich hab's geäußert. 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 Ok, es geht wieder los. Schlägerei, Uwe. Ja, mein Mann. Bats! Halt. Deck-Cham. Ach du scheiße, Uwe. Ich hab's geäußert. Gibt's a kill you cops? BAMS! Okay, ich kann mich nicht zurückziehen Ey! Oh, fuck! Halt er dich über? Ah, ich glaub gleich ja Immer schön zurücklaufen Ich treib dir mit Uwe? Hm Ja, komm mal! Ah, komm mal! Halt er dich! 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 Und übrigens noch mal das Spiel ist ab 18! Darum nicht wundern! Warum die Alterskennzeichnung aktiviert ist! Ihr seht ja auch warum! Hm Jo, jetzt haben wir auf den Sack gekriegt, ne? Wern ja auch gar nicht viele, ey! Ich liebe diese Dinge! Du hast nicht die schlechte Dinge, die hier zu beschäftigen? Hm Wern ja auch gar nicht! Hm Hm Ah, 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 ah! Echt jetzt, oder? Wie eine Spritzer, Janus da rum? Ja, ja, gut Waschlappen, Alter! Ah, ach! Was ist aus exzuki? Schau mal! Erster Hinweis Ich denke mal wir brauchen den Schraubenzieher Ja, da bist er ja Hm Hm? I'm sorry, I'm not interested. You know what, fuck it, I'll do it myself. Wait, wait, wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right, I'll help you. Just don't get caught. Okay, keep your eyes sharp. Mm-hmm. Uh, that's clear. I'm going to turn off now. Okay, I'll just turn off here. I'll call my sister. Do you think this is good? Not really. I'm going to go ahead. I've already seen it. I've seen it. I've seen it. I've seen it. I've seen it. So, these pipes, right? They can't light. Oh, I can also hide. Okay. I've got a sore throat. Can I have some water, please? Sure. Thanks. Ah. Watch out there at the window, right? Hm. Yeah, that's a polyp. Mm-hmm. I need to wait for that guard. Here you go. Can I have a coffee? Of course not. It's my job. That's long, Uwe. Now he's going. Now he's going. So, uh, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. That's not funny. She sees me. Mm-hmm. No, they're under the Rollos. I think they're under the Rollos. Heyo. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. Guards, hurry! We have an Inmate on the road! Whoa, shit! What did you do? What did you do? Hey, I was down... I was down there. Okay. Mm. Okay, very good. Hey, what can I do for you? I'm probably really looking for you in the direction. Mhm. You have to go through the door. Ich mache noch mal die Taktik mit dem Wasser. Vielleicht zieht die dich ja doch. Warte bis die das Wasser zu mir bringt, ne? Ich hoffe, ich werde dich nicht beurteilen. Natürlich nicht, das ist mein Job. Die sind einfach springen, genau vor dir. Wenn ich jetzt gehe, sieht mich bitte. Ich muss mal aufs Klo. So, äh, wie warst du in einer Präsentation? Die hat dich wieder gesehen, aber warum? Nee, ich stehe ich nicht. Bin auch nicht, kann ich mich nicht sehen. Okay, wir probieren was anderes. Ich muss ja auch da lang. Vielleicht muss ich durch die Tür. Links durch die Tür? Danke. Hm. Nee, du musst ja dahinter, dahinten war ja der Schraubenzieher, ne? Die hat doch dort dich aufgewischt, der kann ich mich nie an mir sehen. Hm. Hier geht's. Ich hoffe, ich werde dich nicht beurteilen. Natürlich nicht, das ist mein Job. Alter, ist das spannend. Soll ich da jetzt vorbeikommen? Ich muss dich hier beschäftigen. Ja, aber wenn ich jetzt vorbeige, sieht die mich ja kommen, ich weiß. Ne? Die sieht ja auch dein leeres Bett dann, ne? Hm? Die sieht ja auch dein leeres Bett, oder? Theoretisch, ne? Tja, und du? Wieso, das sei denn, ich kann die hier beschäftigen. Aber die ist ja nicht die einzige, weil da hinten sind ja die zwei Cops, ne? Oder der eine. Hm. Die ist am Spülbecken. Ja, irgendwas musst du machen. Ich überlege, ich kann aber auch gerade nichts machen. Oh Mann, Leute. Spannung. Tja, ich kann nur hier sitzen. Genau, die ist am Waschbecken. Bitte. Irgendwie gibt es dort ein kleines Zeitfenster. Wo du was machen kannst. Andersrum geht's ja nicht. Hm. Ich seh dich da draußen auch. Das ist schon cool gemacht, das Spiel. Da ist nix, okay. Ich bin jetzt hier durch. Nee. Ich bin aber nicht durch. Jetzt schaffst du es vielleicht, oder? Wenn ich jetzt gehe, äh, hier schließe ich mich ja wieder. Ich glaube nicht. Probier's mal. Aber die ist ziemlich lange am Waschbecken. Siehste? Okay. Okay. Es ist an dem nur noch vorbei. Es ist schwer, ne, mit der Steuerung, oder? Du musst irgendwas machen. Hm? Ich klopfen. Es ist schwer. Was hast du mir gemacht? Hm. Jetzt kannst du das Werkzeug krallen. Klappen, das ist nicht cool. Hm. Sehr geil, Uwe. Okay, nichts, nichts, nichts wie weg da. Okay, der geht. Der geht Hände waschen. Komm, ich will noch mal mit dir reden, meine Gute. Äh, ja, hola, was, 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 was ist zuerst? Ich habe diese schrecklichen Schmerz. Ich brauche etwas für sie. Welches Typ von Schmerz? Ich kann es wirklich nicht wirklich. Ich meine, es fühlt sich, als ob es alles vorbei ist. Siehst du? Es ist wirklich schlecht. Mhm. Lass mich wissen, wann du mehr spezifisch sein kannst. Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Schön an der Wand bleiben, ne? Gleich geschafft. Und jetzt? Zurück ins Bett. Zurück ins Bett. Die sind waschbecken, ne? Die sind waschbecken, du kannst. Schön in Deckung bleiben. Jetzt rein da. Alter. Oh, nein. Sehr geil. Okay, Schraubenzieher verstecken. Hm. Wurde er den versteckt? Aha. Also merken. Eine Pfeile ist das. Eine Pfeile. Eine Pfeile. Sehr geil, Uwe. Nicht da. Haben wir gerockt? Hm. Die zwei Spitzbuben. Die zwei Spitzbuben. Hm. So. Was ist dein Plan? Entschuldigung? Ich weiß, worüber du bist. Ich weiß nicht, worüber du sagst. Komm jetzt. Ich habe mich auf die Fisch. Ich bin froh, was du da machte. Aber du musst, wenn du weg bist. Hey. Was? Ich bin sicher, du hast gute Grund, um zu weg raus. Aber ich muss hier raus. Ja? Nicht mein Problem. Ich habe nur meine Hilfe. Ey, du wißt du was? Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es dir selbst. Ja? Wie du in der Infirmaryi gemacht hast? Hey Uwe! What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after them. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together. And you know that. All right. Always coming in board, right? Yeah. It's night. Uwe thinks. How is he coming here? He has a plan, but... He can't decide himself correctly. And you must go next to me. Of course. Yeah. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fucked yourself. I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know. Soon enough. GDA-Methode. Alle unten. Richtig. Mit ner Pfeile. Way out. Und damit a way out. Wir müssen hier raus. Hm. Sehr cool. Zwei Folgen gebraucht, um das Intro zu sehen. Jetzt sind wir schon draußen und das war's. Ciao. What are you talking about? Of course I did. You had an idea. I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out. Together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part. But I'll give you this. It did help out. A little bit. Heh. Vincent. A little bit. Right. Okay. Du bist also ein eingebildetes Arschloch, Uwe. Richtig. 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 Kann ja jeder wissen. Hm. Wups. Aber sehr geil. Gefällt mir richtig cool. Auch die Stimmung, die Atmosphäre von dem Spiel. Hm. Spannend. Wenn ihr euch wundert warum Uwe so gähnt, es ist... Freitagabend, sehr spät Abend. Heute war Release. Das ist also Fred. Robert, will they go here? What's up Leo? Mhm. Mhm. I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Mhm. Also Uwe, du musst da rauf. Hey, Fred. What's up? Oh, good. What do you want? We got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. I'm sure we can figure something out, right? Hm. I guess we could use a few extra hands around here. All corrupt here. Einer wieder andere. Einer wieder andere. Einer wieder andere. Geht nur noch ums Geld. Ja, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey. Is he up there? Yeah. We need to get up there somehow. Alright. So. Und damit bedanken wir uns natürlich bei euch fürs Einschalten für die heutige Folge. Jetzt geht's richtig los. Jetzt müssen wir hier raus. Nächste Folge ist dann, wir müssen dort irgendwie auf das Dach kommen und uns die Pfeile besorgen, die wir heute, ja, unter schwierigen Umständen erstmal besorgen mussten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit am Start seid und bedanken uns natürlich fürs Einschalten. Geilen Tag euch noch, während der Uwe jetzt den Boden wischt, ne? Mit, ja, was, ich sag noch, ich wisch den Boden mit deiner Fratze. Also, reingehauen, liebe Grüße, Rob und Uwe von Absturzzockt.